Hallo und zurück zu einer weiteren Folge von Battlefield 4. Ich bin's wieder bei RazyStyle. Ja, wir haben jetzt mal eine Runde Team-Def-Match gespielt. Eine Runde Entschärfung. Wollte ja nicht so sein. Überall so wenig Gegner bis jetzt. Im ersten Teil hab ich ja auch mal Vorherrschaft probiert. Da waren keine Gegner da. Heute probieren wir's nochmal. Vorherrschaft. Ich hoffe... Ich hoffe... Ich kann schon zum Zungenbrenner hier. Ich hoffe, die anderen zwei Teile haben euch gefallen. Also bis jetzt. Spiel kommt cool. Kommt echt nice, hey. Ja, Vorherrschaft. Spielersuche. Oh, tritt sauer bei. Gucken wir, ob wir da jetzt Gegner finden. So. Belagerung von Shanghai. Vorherrschaft. Kontrolliere den Großteil der Ziele, damit der Gegner Tickets verliert. Jeder Kill kostet das gegnerische Team ein Ticket. Das Team, das die meisten Tickets übrig hat, gewinnt. Sehr interessant. Geht ja anscheinend kleine Maps, die ich gesehen hab. Also... Ja... Erinnert mich ein bisschen an... Abschluss bestätigt. Und? Sind die Gegner? Guck mal, bleib mal rein. Stöbern wir 1 von 4. Wow! Wiuuuu! Will keiner mit mir spielen? Kann auch alleine hier. Kann auch alleine mit mir spielen. Verdammte Scheiße. Ja, Herrschaft, ne? Wie das aussieht. Wuh! Ja. Ist die Herrschaft. Die Lampe hier, die stört. Ja, ich gebe mir das Spiel. Einsatzteam Charlie ist jetzt unter unserer Karte. Ja, okay. Ich würde es wohl nix, gehe ich wieder raus. Spielt anscheinend noch keiner. Ich mag ja die großen Maps überhaupt eigentlich gar nicht. Mit Fahrzeug und alles drumherum fahren, weil die großen Suchtis und so. Die das können. Nehmen eher in Düsenjets und alles drumherum fahren. Ja, das ist immer so eine Sache. Spiegel Rush. Rush, Oroberung, 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 Oroberung. Sagt es mir, sagt es mir, sagt es mir, Rush. Rush ist auch cool, aber mittelgroßen Maßstab, großen Maßstab, mittelgroßen Vernichtung. Warum wollen wir ja Bills bringen, die sich für ein feindes Ziel entzünden müssen. Ja, spielen wir Vernichtung, komm. Machen wir halt Vernichtung. Der andere Spielmodi, wenn wir anders spielen, wie es aussieht, das Video wird wahrscheinlich wieder länger, weil es ein bisschen größer, die mehr bis. Operations-Bind, Vernichtung. Die Teams kämpfen um eine Bombe. Die Bombe muss an feindlichen Zielen gelegt werden. Das erste Team, das alle feindlichen Ziele zerstört, gewinnt. Je. Je. Ich glaube, der Spielmodi, den ich auch bei der Gamescom gezockt habe, soll ich weiß. Oder was? Das müsste, glaube ich, da gewesen sein, wenn ich mich noch dran erinnern. Da habe ich mich leider aufgeregt, weil ich auf der PC zocken musste. Oh, ich bin unsichtbar. Yeah, das ist eine Hacker-Lobby. Oh, jetzt komme ich. Schon gedacht, wir sind hier in der Hacker-Lobby. So, dann lassen wir uns die Spiele beginnen. Schauen wir mal. Wir müssen hier zerstören. Sprengkommando in der Art. Brauchst du Hilfe? Ich bin Sanitäter. Er ist Sanitäter. Er ist Sanitäter. Boah, man muss hier kilometerweit laufen, bis man endlich da ist. Geh mal außen rum. Komm, wir mal von hinten. Komm ich da oben rein? Ja, schade nicht. Ja, um halt doch außen rum. Ich höre nur die ganzen Schüsse. Ich glaube, den Weg, wo ich laufe, läuft keine Sau. Ah, hier kommt man ja rein. Da unten rennen sie alle. Oh, guter Sniperplatz, muss man sagen. Also. Ah, das ist halt sehr verwinkelt hier. Boah. Ja, da sind meine ganzen Leute. Ich wecke alle schon rein. Boah. Ich fände auch mit rein. Und ich werde gleich hier weggeholt. Mit dem Granatwerfer, das ist einfach. Nubik, Buch 10, Granatwerfer. Egal. Egal. Wie euch das Spielmodi zeigen, ihr so abgeht, auf die Map, ist echt schön. Wenn man sich anguckt, mit der Sonne und alles drumherum, auf die Map hier und die Ohren. Also, gefallen tut es mir auf jeden Fall. Schreibt mal rein, wie es euch gefällt. Spiel. So, 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 so. Was mich interessieren wird, spielt ihr mehr Battlefield 4 oder wird der Ghost mehr zocken? Wenn ihr das Video seht. Was ist euer verdammtes Lieblingsspiel? Feind hat die Bombe. Angreifen. Komm doch schon. Ich freue, dass man einen Kilometer lauft, wenn ich da bin. Ich muss den Spornfunk nachher mal anders wählen. Erneut hier. Und, oder? So viele Wege, ey, da lauscht der echten Teilspornfunk. Holt euch die Bombe! Ah, ich komme den richtigen Weg. Oh, ne, über mir. Ah, ich komme von unten. Ach, ne, die sind jetzt hinter mir. Leute, komm. Er mit seinem Granatwerfer, er kann nichts anderes. Ah, nein. Schrotflinte sogar. Ich spiele die nur wigsten Waffen, bloß nicht, um zu ziehen. Komm, ich mal, ich bin nicht ganz in den Start. Ich komme zu euch, Jungs. Ich habe doch keinen Kill gemacht. Das ist schlecht. Immer noch keinen Kill. Ich bin nicht. Ach, ich habe wenigstens Hilfe bekommen. Jungs, kommt, lauft. Ich muss den Angreifen. Boah, mein Gott. Einmal kommen da fünf Leute auf dich zu. Ja, da geht es einmal ab. Das ist halt keine kleinen Maps. Spawn. Ich muss helfen. Boah, boah, Spawn. Das geht schon gleich noch richtig los. Komm, Leute. Geh mal hinten rum. Hopp, hopp, hopp. Boah, bin ich im Besitz. Boah, hinter mir. Da steht auf ein Eis. Ach, da war er. Das war jetzt blöd angezeigt. Unglaublich. Er steht einfach hinter dem Auge und schützt sein Leben. ich denke mal hier kriege ich voll auf den sacke hier werde ich wirklich nicht wirklich viele kids machen ja und ich bin schon wieder tot und jetzt steht immer noch das leben das ist krass das ist krass das ist krass ja die erste spielmomente von bei 24 heißen die erste spielmomente eines spiels wo man spielt die ersten momente wichtig ist zeigt meistens auch ein spiel weiterspielt oder ob man es einfach in die ecke schmutz von der schaff so es muss sein leute hinter uns flieger geht doch bombe 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 bis hin das nachladen hol mal hol ihn dir danke oh granate scheiße eine granate genau meine worte das ziel wurde zerstört da kommt er auch von dem kleinen eckchen dahinten ja so ist es so ist es so ist es komm 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 leute das spiel immer müssen weiter zerstören zeige ich meine andere klasse das spiel jetzt mal pionier oder noch mal pioniert ihm alle klassen durch wo ich mit der akai am besten spielen kann wahrscheinlich immer so das war noch nie anders woher sind die alle links gegenüber woher ich geh runter ja da oben sind alle ich hoffe ob ich von hinten kommen kann da ist die bombe da ist die bombe holt euch die bombe jungs unter mir ist die bombe mit wenigstens kill holt die bombe leute holt sie euch komm ich denn da runter ja das ist eine verwickelte map hol ich euch da geht es runter holt euch die bombe komm komm gib gas gib gas gib gas cool ist halt am battlefield man kann echt sprinten bis zum vergasen sprintet einfach durch das ist auch wichtig bei so großen apps angreifen 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 jungs los warte auf euch ich will doch gar nicht raus Die Bombe ist unbeschützt, holt sie euch! Oh! Die Bombe ist unbeschützt! Boah! Kann er sich über zielen? Boah, ich habe ihn! Ich muss nachladen, ich habe die Bombe! Komm, komm, komm! Nein! Kann ich über die nachladen, weil ich keine Muni mehr habe, falls jemand vorne kommt! Na egal! Komm, komm, komm! Leute, Leute, komm! Fein, komm, ich will weiter, ich will spawn! Da unten ist die Bombe! Mal bei dem spawn! Dankeschön! Puh, ich helfe dir euch, keine Sorge! Nachlade! Pionier ist doch eine gute Waffe! Also Pionier, ja! Da vorne hat die Bombe, komm, hol sie uns! Ach, ne! Da vorne! Da vorne! Da vorne, da vorne! Da vorne, da vorne! Boah! Ich habe ihn! Direkt da hoch! Ich renne bei ihm hinterher, Leute, oder? Was meint ihr? Oh, er wurde fallen gelassen! Komm, geht hinten rum! Oh, hinten rum! Er geht da unten rum! Muss ich einen mit! Bitte beschützen! Boah, er schreckt mich nicht! Ja, was macht ihr jetzt? Kommt ihr, oder geht ihr nicht? Schöne euer Leben! Schöne euer Leben! Hol' dir das Willi-Kind! Dann geht's weiter! Der auch! Der auch! Ja! Fahrzeuge reparieren! Ja, geht voll ab! Er schießt hier voll! Aber hier kann man die Türen zumachen, das kommt cool! Ich komm mal wieder hoch! Zu euch! So, und jetzt dann! Boah, von hinten! Boah, da waren ja alle grad! Krasser Scheiß! Oh, umgegast! Ich will weiterzuckern! Also vom Map-Aufbau schon cool! Oh, da gefällt schon mal hinten! Aber, doch leicht verwinkelt! Hier! Das helft ihr wieder auf die Weine! Den Knöpfe ich mir vor! Wir haben die Bombe scharf gemacht! Wir haben die Bombe scharf gemacht! Die Bombe wurde vom Feind entstärkt! Hör auf die Weine! Auf die Weine! Heinz? Ja! Will ich hier? Gut, du bist, denn der Ange, helft dir! Der Feuze hat die Waffe übernommen. Da nachheben, Anmarsch! Keiner hat die Waffe. Die Waffe wurde fallen gelassen. Wir müssen sie uns holen. Die Waffe wurde fallen gelassen. Die Waffe ist scharf und bereit zur Dissonation. Die Waffe wurde gesprengt. Saure Arbeit! Die Waffe wurde gesprengt. Das war's für heute. Unsere Schwerer haben eine neue Bombe geordnet. Wohnt sie euch! 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 Wohnt sie euch!